Das sind eine Menge Leute, die jetzt hier kommen. Schön, direkt hier unter euch. Los, killt ihn. Jawoll. Ich glaube, dieser Pfosten ist ganz gut hier oben. Der hilft auf jeden Fall, hier dieses Tor zu halten. Easy. Ah, easy wird das. Guck mal. Guck mal, wie easy das wird. Die drei da oben, die machen alles fertig. Oh, was kommt da hinten für eine Armee? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Komm her, komm her. Südia, komm her. Wir brauchen dich hier hinten. Eindeutig, hier kommen so viele. Oh, was haben die eingerissen? Oh nein. Hinten kommen sie auch durch. Sie kommen durch. Sie kommen durch. Los, hier hoch. Hoch mit dir, los. Ich hab die anderen Verteidigungslinie. Leider sind sie durchbrochen. Sie sind durchbrochen, sie machen die Tür kaputt. Oh je, oh je. Was ist denn hier los? Pass auf. Lass sie nicht abschießen. Jawohl, geh hier oben auf den höchsten Punkt. Sie haben da welche getötet. Oh man, das war nicht so gut. Oh man. Oh man, oh man, oh man. Okay. Ganz ruhig bleiben. Wir brauchen Holz. Auf jeden Fall brauchen wir Holz. Gehen wir hier hin. Wir brauchen auf jeden Fall Holz, 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 Holz. Sonst machen wir gar nichts mehr bald. So, Doom. Ah, Holzhacken, schneller. Zack. Wir müssen hier neue Türen reinbauen, hier unten. Das Tor ist ja gefallen. Überall ist es gefallen quasi. So. Weiter geht's. Wir versuchen alles jetzt wieder zu reparieren in der nächsten Zeit. Uh, da sind jetzt einige von meinen Leuten gestorben. Das war nicht so gut. Glaube ich. Ich glaube, das war nicht so gut. So. Ja, wenn ihr das hier gemacht habt, dann können wir das eigentlich schon so... Dann machen wir die Seite ja auch zu danach, ne? Ja. Okay. Wo sind die restlichen Arbeiter? Ihr beide, kommt. Alles aufbauen. Du auch. Aufbauen. So. Aus der Miene kannst du erstmal rausgehen. Ja, tu das irgendwo hinbringen. Ist mir völlig egal. Wir brauchen im Moment jeden Mann, den wir haben. Exakt. Gehst du arbeiten? Gehst du arbeiten jetzt, ne? So. Was können wir hier spawnen? Erstmal einen neuen Archer brauchen wir. Das war schon. Oh mein Gott. Mr. Mumble. So. Oh Mann. Wie ist denn das hier zerstört worden? Alter Falter. So. Hoch hier. Die Mauer ist quasi kaputt. Flag Media. Hm. Ich werde dich brauchen, um hier die Mauer zu operieren. Hilft dir alles nichts. Also. Da muss hier ein Stein rein. Hier unten muss ein Stein rein. Hier muss ein Stein rein. Hier sollte ein Stein rein. Hier unten muss irgendwie auch was rein. So. Hier oben ist die Mauer auch völlig eingestürzt. Oh. Die haben alles eingerissen hier oben. Wie baue ich denn hier wieder was neues auf? Na das kann ja heiter werden. Und. Von der Seite mal gucken. Völlig instabil. Völlig instabil. Das wird jetzt nur ein Flickenteppich hier irgendwie. So. Dafür bist du zuständig. Los. Sieh zu. Geh. Arbeite. Gut. Oh man. Na hier sind zu wenig Wachen jetzt. Der. Robin Hall. Macht von hier oben jetzt Schaden. Der holt jetzt hier einen Stein und fliegt das hier. Das ist ganz gut. Du gehst mal ein bisschen aus dem Weg gerade. Okay. Sollte. Sollte gehen. Was machen wir noch spawnen? Okay. Noch einen Bogenschützen. Oder brauchen wir noch so einen? Wir brauchen noch einen Bogenschützen. Unbedingt einen Bogenschützen. Der Blades. Genau. Der stand sowieso hier. Können wir ihn auch bitte nach hier oben schicken. Dann hoffe ich das ich von oben da runter schießen können. Das wäre natürlich gut. Was los? Kommst du nicht da hin um die Steine da hinzusitzen oder was ist los? Wo ist das Problem? Doch der rennt los. Okay. Wo rennt er her? Ich hab keine Ahnung wo er hin will. Ihr könnt doch einfach hier Treppen hoch und dann kann ich stein da hinsitzen oder? So sieht es doch aus. So muss das doch sein. Egal wo es weiter geht's. Ähm. Das sieht schon übel aus. Ich hoffe die Verteidigung hält irgendwie hier Stand mit den paar Soldaten die wir haben. So. Was haben wir noch hier vorne? Da stehen jetzt nur zwei. Das ist ein bisschen wenig. Aber hier oben haben wir die drei. Die halten natürlich einiges auf. Das heißt das muss hier einfach reichen mit denen die wir hier haben. Hier die sind auch ganz gut besetzt jetzt. Dadurch dass wir noch den Zydia hier hingeschickt haben. Ach der ist auch gefallen der hier stand. Äh. Da ist auch die Mauer kaputt. Die Mauer ist kaputt. Verdammt. Man muss auch repariert werden. Ich hoffe meine Arbeiter machen das mal irgendwann. Was macht denn der Flo? Guck mal der Flo macht man wieder gar nichts. Dem kann auch arbeiten. Sie haben keine Zeit irgendwelche Leute zu verschenken. Arbeitet. Ihr müsst alles reparieren. Der geht es dahin. Repariert da. Okay. Es ist in Ordnung. Macht überall. So wie sieht es hier aus hier oben? Moment. Noch vier Minuten irgendwas und ich habe hier keinen neuen Auftrag für euch. Das ist natürlich doof. Doof gelaufen. So. Dann machen wir erstmal hier die Mauer zu. Das wäre gut wenn das einfach zu wäre. Dann können die hier oben auch ein bisschen in den Kreis gehen. Und dann können wir die ein bisschen besser verteilen. So macht ihr schon ne? Läuft hoffentlich. Läuft ja ja. Die ist jetzt auf Rückweg. Was soll's. So die machen. Ah ja hier oben schon wieder halbwegs fertig. Jetzt stellen wir den Spark hier oben hin. Spark stark stark. Wenn das zu gefährlich wird musst du da abhauen. Das ist dir klar. Damit du Bescheid weißt. So der Meister Mammel steht da. Oder kann ich dich mal ein bisschen da hinstellen? Oh man das wird ja hier lustig wenn da Feinde kommen. Das wird lustig. Ihr schafft das hier. Oh da sind auch gar keine Türen drin. Ach du scheiße. Deswegen hab ich dir ein extra Holz holen geschickt ne? Tür da wieder rein bauen. Muss ich näher an sich nicht viel rum gehen muss. Ich glaub so rum. Auf der anderen Seite natürlich genau andersrum. Hier muss ich einmal drehen. So da. Ich hab echt beide Türen von hinten eingerissen ne? Das war das Problem. Wer baut das jetzt? Hat irgendwann schon genug Holz gefällt? Ist da noch einer dabei? Haben wir irgendwo Holz rumliegen? Nö. Ich hätte doch einen zum Holzhack eingestellt. Ähm. Okay. Er latscht jetzt irgendwie rum. Mach dir das mal. Ich brauche jemanden der gerade keinen Stein hat. Haben wir einen? Flick Media. Schmeiß deinen Stein weg. Dahin. Gut. Und Holzhacken gehen. Los. Sieh zu. Wir haben noch keine Zeit zu verlieren. So. Der baut jetzt da den letzten Steinen. Dann sind wir hier oben auch schon wieder fertig. So. Erstmal sollte das genügen. Jetzt können wir hier einen hinstellen. und den anderen hier. Und der dritte bleibt da stehen. Habt ihr hier oben den vollen Überblick. Ich hoffe das reicht so. Erstmal. Erstmal muss es reichen. Die Leiter ist auch noch nicht fertig. So viel zu reparieren. So viel zu reparieren. So viel zu reparieren. Na wieso geht das denn jetzt nicht? Die muss doch eigentlich so da unten dran. So. Dann kann das mal irgendeiner machen. Denn wenn wir den mal Holz hätten. Hat ja keinen Bock mehr schmeißen. Steinen einfach da hin. Das ist eine gute Idee. Geht Holzhacken. Seh zu. Du auch. Die Zogen ist doch schon da. Ja geht alle Holzhacken los. Ihr seid jetzt alle Holzfäller. Dann hab ich mal ein bisschen Holz hier bekommen. Genau. Das ist schon da. Das ist schon da. Ja. Wo soll ich das denn schon hinschleppen? Vielleicht wird schon irgendwo einen Platz werdet ihr finden. Stehen jetzt alle rum. Machen gar nichts. Oh man. Ja. Der Verteidigungsturm hier oben. Der war eine doofe Idee eigentlich. Komm runter. Geh Holzhacken. Sonst alles wieder aufgebaut. Hier erstmal. Ja. Scheinbar. Was ist hier? Sind die beiden Steine schon wieder drin? Ja. Okay. Dann ist ja alles gut. So. Ein bisschen chaos mäßig. Ich hatte es jetzt. Das hat uns natürlich ein bisschen zurückgeworfen. Einige Verteidigungslinien sind gebrochen. Und ich weiß nicht wie lange ich noch überleben werde. Das war die 31. Nee die 30. Die war echt hart. Ähm. Ja. Wir werden sehen wie lange wir das noch überleben werden. Es wird auf jeden Fall schlimmer. Und jetzt hier. Der Turm der hat natürlich neues Gebiet und sowas. Ist natürlich schwierig. Das zu halten. Da haben wir hier natürlich weniger Wachsoldaten. Ich muss ein paar hier rüber schicken. Ich hoffe dass das hier irgendwie ausreicht jetzt. Ich schicke mal den Blades auch da runter glaube ich. Blades? Kannst du da runter gehen? Ich glaube da unten stehst du besser. Nur nicht sterben. Hier muss ich auch noch ein bisschen aufpassen auf die. So haben wir mal eben hier einen Mann. Ihr müsst sowieso alle reinkommen. Kommt mal alle rein. Und zwar ganz schnell. So du holst mal hier so ein Fass. So ein Fass. Du holst hier so ein Fass. Nimm so ein Fass. Komm. Bring das hier hin. Genau. Oh es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Die Türen sind noch nicht fertig. Warum stehst du denn da rum? Komm rein. Komm rein. Komm rein. Salt 넷 guck der steht stehen noch da rum 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 Ok die haben auch wieder einen stein kaputt macht das ist nicht so schlimm können wir wieder einen hoch glittern. Komm wieder ein neuer stein irgendwann hingebracht werden ist nicht so tragisch erstmal. schießt sie schön ab genau von hinten genau ja das passt das passt das sollte halten auch gott wieviel kommen da verteidigt den armen dritter der kämpft wie so ein will dass wieder helder hengst gegen 15 9 gleichzeitig sehr gut hier wird auch alles gehalten erstmal war alles gut aus jetzt ja alles klar okay brauchen wir die bauarbeiter werden die müssen wir einiges leisten jetzt dieser stein muss weg dann muss ein neuer stein hin hier müssen die treppen wieder hingebaut werden irgendwann hier wird er auch was ist das problem man weiß es nicht egal so aber im bauteam ist jetzt gerade gar keiner so du gehst in bau team schadere schaden reparieren los robin du gehst hier noch mal konstruktionen machen der fake media der geht holz hacken ja so hallo was macht ihr denn hier kommt so ron ihr alle ins bauteam los was haben wir jetzt hier was können wir noch sporen wir brauchen vielleicht so einen hier was habe ich ihnen gesagt doch auf jeden fall wäre noch so einer ganz gut der fischi der fischi hilft ab sofort hier vorne aus auch der ist tot hier vorne der naja brauchen wir sowieso einen neuen da kann ich noch eins bohren das wäre natürlich schön natürlich nicht natürlich nicht der fisch ist jetzt wieder einsamen kämpfer hier vorne ja was wir machen der mauer ist hier vorne auch kaputt denn da kommen jetzt kommen die fischer hoch nicht so gut muss auf jeden fall ausgebessert werden ich werde mal hier das in auftrag geben mit ganzen stein das muss wieder ausgebessert werden ungefähr so ja okay machen wir schon läuft würde ich sagen hier steht da nur dumm rum das ist nicht gut dann hier rum rum steht eben sollte auch arbeiten okay der fängt damit an das ist natürlich auch gut die wissen selber nicht was sie machen geben sich gegenseitig steine weiter das finde ich nicht so prickelnd die soll schießt da oben wieder aufbauen wir haben auf jeden fall einiges zu tun hier können wir hier noch machen damit wir die besser verteidigen können hier liegt auch einiges rum einiges ähm wir können den noch höher bauen damit wir... ne das ist auch doof wir können den ja weiter ausbauen ich weiß nicht ob der geschossen hat aber ich denke mal oder wir bauen weiter hier schräg hier rüber dass er hier oben ist und richtig weit schießen kann kann man machen aber wir haben eh keinen der hier irgendwie... warum bist du nicht im bau themen doch wir machen das mal eben schnell der zur seite jetzt und jetzt bauen wir hier ähm irgendwelche gebilde so und zwar schieben wir das mal hier rum und machen das so jetzt schön diesen dreier weg bauen kannst ja mal eben auf die treppe gehen so lange so und dann machen wir hier immer her wir brauchen jetzt noch treppen so wenn wir das haben machen wir das einfach noch weiter und dann gehen wir noch weiter hier rüber so dass wir ungefähr hier sind und dann lassen wir den von oben schießen das ist eine gute idee wie sieht es hier aus okay der bringt steine hier hoch das ist ganz gut natürlich macht er erst die treppe erstmal das unnütze genau was ist denn da noch kaputt ist sieht aus als hätte da irgendeiner eine spitzsacke verloren da ist noch ein block okay keine ahnung irgendwie kann ich ihn auch nicht abwählen so richtig jetzt habe ich ihn angewählt kann ich habe keine ahnung ist buggy dieser block ist boggy passiert schon mal so abwählen was haben wir hier kann man eins bohren nein immer 47 prozent okay ah guck mal der macht hier oben schon richtig schön seine arbeit finde ich gut so dann machen wir direkt weiter wenn er das denn gemacht hat dann kann er direkt die nächste schicht oben drauf sitzen muss natürlich näher ran sonst sehe ich das nicht meine berühmte turmbautaktik so bleibst du denn bring mal hier einen stein hoch warum machst du eigentlich alleine wo sind deine kollegen perfekt so wenn du den gemacht hast kannst du direkt die nächsten nahe machen eine ebene hast du quasi geschafft geht weiter so das ist überhaupt kein hoher turm nein überhaupt nicht überhaupt kein hoher turm nein wie kommt man denn da drauf so hier oben müsste also die steine sind fertig heißt ich brauche hier oben ja zwei neue steinchen noch da und da na komm dann liege da hin genau einen brauchen wir hier oben noch und zwar noch einen hier oben drauf damit das wieder sicher ist bist du dabei oh jetzt ist dieser kaputte stein weg ja perfekt dann kann ich ja den neu dahin sitzen perfekt so wenn der denn noch da durch kommt kommt da jetzt wahrscheinlich nicht mehr aber was macht ja nichts wird beim nächsten mal so da bringt einer holz der macht die leiter da gerade ist hervorragend übrigens mit den stamm muss er nicht hoch denn er schiebt er da quasi von unten nach oben weiter er baut also nicht oben hin und er schiebt einfach unten drunter stück und dann schiebt sich leider wieder hoch deswegen muss er da nicht mit hochklettern was könnte er gar nicht so die das haben wir hier die haben wir hier spontan alle mal eben kurz gebaut das ist ja klasse so dann kann ich ja hier direkt weiter meine bastion hier oben weiter bauen wir natürlich noch einige steine aber die sind ja jetzt quasi zu dritt am werkeln und daher geht es relativ schnell aber schon die dritte eben da oben drauf setzen dass wir die volle turm hier wieder überhaupt helden in die statik und ein gewurzeln da geht das so hoch und jetzt geht es auch noch so darüber aber gut darüber wollen wir uns jetzt nicht streiten hauptsache es geht irgendwie auskommen aber genug leute die das jetzt mit anpacken bildt eine kette auf der treppe jawohl weiter 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 ich gebe jetzt eben noch die nächste schicht in auftrage würde ich mal sagen die aufnahme ist dann schon wieder beendet wir sind schon wieder durch ich habe zwei folgen aufgenommen wieder mit den gleichen programm jetzt mal ich hoffe das passt noch ich habe eure reaktion noch gar nicht abgewartet was quasi immer noch bevor die erste aufnahme überhaupt kommt davon aber ich hätte immer zeit und lust auf kassel story deswegen habe ich das mal eben gemacht versteht ihr sicher so hier kann man recht die nächste sticht in auftrag geben so du musst da oben ist mal runter gehen du schließt mich ein bisschen im weg wo ich das hingehe ist da muss der natürlich hin hallo dreh dich um so und dann würde ich sagen wir speichern safe game zwischen heißt das ding ist safe und jetzt wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschüss bis zum nächsten mal 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 bis